Sommer, Sommer, Sommer. Sommervideo vom Wefa-Institut Eidenbach und der John Schutter gegen ES Global Education Service Nummer 23. Heute geht es um einen Rosetta-Stein, einen Übersetzungsstein aus dem alten Ägypten und mein persönliches Rosetta-Bild. Noch einmal ein kleines Beispiel von Video Nummer 1. Mit und im Wefa-Institut habe ich für mich persönlich meine einfachen Antworten auf meine einfachen Fragen erarbeitet. Gerne teile ich meine Erkenntnisse mit dir. Auf dem Bild kann man zwei Dinge sehen. Zum einen, dass es fast zehn verschiedene Möglichkeiten gibt, fünf mal fünf zu berechnen und darzustellen. Und zum anderen, es ist meine persönliche Übersetzung von Geometrie in Arithmetik. Zu finden und zu kaufen auf unseren, für unsere sozialen Projekte unter www.poster2help.com Weitere Informationen und der Text zu diesem Video, die findest du unter www.kümmerwissen.com Für heute vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Liken, teilen, weitergeben, nicht vergessen, weiter sagen, weiter teilen. Bis zum nächsten Sommervideo. Tschüss, Servus. Jawohl. Bis zum nächsten Sommer.